aber ist ja hallo und herzlich willkommen zur allerersten folge der linien und phallus irus of the storm serie show so was ist denn passiert ich habe ja auch hier solo angefangen habt ihr ja gesehen so und jetzt spielen wir zu zweit schnell suche zu zweit so diablo ist jetzt natürlich nicht mehr dabei heute ist übrigens der neunte für alle die es nicht wissen xp bonus angesagt was spielst du denn überhaupt funkelchen funkelchen spielt er was sollen wir spielen wie wäre es mit lilly sagte mal was die lege fokusschen lilly kommen zwei hieler jungen da sind wir aber hart angewiesen auf die mails wir können doch nicht selber vorbrechen wer machte mal ich muss das noch mal kurz dir zeigen bevor es gleich wieder heißen 100 prozent bin ja spiel überblick so ist auch dazusagen du kannst du gerne aussuchen was du möchtest aber so eine hieler overdose fände ich halt reizvoll ja lilly lilly meint sie echt ja ok ja ok warum nicht bringen erst mal lilly auf level 5 abenteuer steht die doch da wie so ja wenn ich so jetzt sitzt dann natürlich gleich vor der mini map aber das ist dreimal egal vielleicht setzt mich auch so dahin extra so oder so bereit für ein abenteuer tja da gibt es natürlich kein gegenspieler weil die ki versucht ja immer einem gegner ranzusetzen das sind sowieso immer die anderen schulden dass man immer mühe hat wollte ich sagen ja das wäre du deswegen suchen musst du jetzt so lange suchen wo gibt es fehl mit zwei hieler ja ist doch wahr geisterminen hast du da auch 100% win oder hast du die noch gar nicht gespielt ich glaube die habe ich noch gar nicht gespielt das ist ja mein erster lose in meinem leben auf der karte das kann sein das war auch wohl du warst dabei das ist direkt hinter dir ob ich da die tippen fassen kann sieht man nicht ne weil ich mach das ich hab hier das schwert im schild Opa da Samtne übelst durchstoßen Wappnet euch Helden seit ihr bei der ersten Mal ja hier Marnarek im ersten Mal ich weiß nie was ich spielen soll was hast du denn da zur Auswahl Akane Präzision ja das sagt mir jetzt natürlich alles ACHZO Akane Exklusion Entweder 33% mehr Damage im inneren Wirkungskreis, das sieht so aus, im inneren Kreis 33% mehr Damage, hat aber so eine Verzögerung, deswegen kacke, dann zwei automatische Angriffe blocken, denen ich verzaubere, Bestechung kennst du ja, ja, aber die nicht, Bestechung ist, wenn man genug Diener gekillt hat, dann kann man, äh, ja, dann kann man, Dann kann man Söldner für sich gewinnen Wir haben den ersten Down in unserem Team, glaube ich, oder? Ne, der kann noch, kann noch abbauen, alles gut Oh Vorsicht, Vorsicht, Jonas Ja, ich bin mitten in der Soße, ich dachte, ich hätte noch mal und Okay Father's Down Ja, ist egal, ist doch Ja, macht nichts Kaum was Ja, am Anfang, ne Komm, das holen wir jetzt direkt wieder rein hier Indem wir No one top, oder was? Ne, die wollen hier direkt Vor, äh, vier unten, einer oben, damit wir direkt in die Höhle können, wahrscheinlich, ne Ja, dann, boah, haben die Stealth, da haben die einen Seratul, oder was? Ich hab da irgendwas gesehen, ja, die haben einen Seratul Was? Schon wieder einer von uns gestorben Das reicht doch, ich muss sagen Ja, ich glaub, das war nicht so geil mit zwei Healer Hm, kann man eigentlich nur so sagen Ja, da lief das jetzt nicht Hier, komm, komm Ah Fuck Fuh Zerfetzt Schade Ah, es wird später besser, wapp mal ab Ja, ja Dann kriegen wir auch was down Wapp mal auf Level 10 Das E-Level ist am wichtigsten, erstmal, ne Ich geh mal zu den anderen beiden nach oben Okay Du kannst eigentlich auch mit nach oben kommen Sonst sind wir halt oben zu first Ich muss dem hier helfen Okay Ey, dieser Scheiß Immer mit dem verkackten Seratul Ja Ich geh doch nach Hause Ja, ja, komm Bleib mal beim Team, ey Oh, hier Das Ding geht auf Ja, läuft alle weg von mir Gar kein Problem Meinst du, das war so eine gute Idee, direkt in der ersten Folge mit zwei Healer zu spielen? Ja Ah Nicht über die Predis Aber ein bisschen Naja Aber eigentlich existiert ja noch kein Predis Weil wir ja noch gar kein Gar keine Folge gemacht haben Aber alle Videos, die man so kennt Wie es so ein Leben gibt, meinst du? Oh Ja, Junge Hier, direkt drüber Da, da, da Enemy wall Ich komm wieder nicht ran Ey, komm schon, Junge Komm schon, Junge Komm schon, Junge Ey Ey Ist das jetzt echt euer Ernst hier, oder was? Ja, es ist Es ist Es ist so traurig, Mann Komm, das war raus hier Tja, was sagst du so leicht? I'm dead slow Tja, siebsten Schädel reichen ja auch für den Anfang, ja Haa Zuki Leute, unser Golem Könnte nicht unblig sein Und vielleicht besser Aber schlimmer ist, dass wir mit dem Mit der XP so krass hinten sind So krass Ein Level Ah, ein Level Machen wir es zusammen. Vorsicht, 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 Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wow, wow. Ja, komm, 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 komm. Ja, das ist auch nicht hier. Erledan, Erledan, stirb. Ah, das hat nicht gereicht. Heal tot der M. Wie gut, dass sich die beiden Healer um den Golem kümmern. Gut, GG. Ich hab' gelesen, das Rude. Boah. Da kommt unser Team. Yay. Random Power. Hör mal, ich hämmer die Heal-Taste auf Cooldown durch. Mehr kann ich nicht machen. Oh, 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 oh. Oh, Riehling. Oh, ich hab' keine Mana mehr. Oh. Jetzt bin ich auch gestorben. Das erste Mal. Oh, Jörtchen. Weitere Einsätze von allen, das Gebräu kosten weniger Mana. Verringert, reden wir jetzt hier noch einmal. Ja. Mana lag's ja jetzt nicht wirklich bei mir, ne? Kann man so sagen. Gute Arbeit. Die Minen öffnen sich bald. Ich muss mal ein bisschen... Kommt bestimmt gleich. Mana. Mana, mana. Okay. Ich hab' gepingt, da ist Illidan. Aha. Aber zu spät. Der Techniker lässt sich die ganze Zeit nur abfärben. Vorsichtig, Jan, komplizierziehend. Ja. Ich scheine euch überlegen zu sein. Habe ich da keine Taste für, oder was? Ja, lauf! Okay, alles gut. Ja, 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 ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's, hallo? Oh Gott! Uh, ah, ne, oh, ne! Okay, was haben wir denn, was haben wir denn? Wir haben einen Funkelschienenblub. Ja, sieht ganz schön bitter aus, ne? Nicht kostenlos jedenfalls. Ich möchte ja nicht ausfallen werden. Deswegen, äh... Bin ich brogen. Naja, das wollte ich jetzt so nicht formulieren. Ja, da haben wir erst 40... 50... Ja, und wir zwei. Das gewinnen wir noch, bestimmt. Oh man, wir haben hier schon wieder einen harten Fight, Mann. Oh geil, du bist auch dabei. Mhm. Ist nicht reingeportet, oder was? Mhm. Ja, sehr cool. Richtig fett. Ah, dass wir die auch nie abholen können, weil die Kunden einfach nie am Start sind hier. Oh Gott! Oh Gott! Ultimate macht was draus. Oh Gott! Oh mein Gott! Waller hat nix mehr von denen! Oh... Oh... Oh mein Gott! Oh... 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 So... ...doppelig. Ah, Junge. Hast du dich nicht gesehen, oder was? Jetzt kommt Vogelchen. Go, Mainz! Ja, genau. Ja, Leute, kann es nicht immer sein, ne? Komm hier, lass mal den Dings kaputt machen. Wallah, bitte um Unterstützung. Beste Wallah ever, Alter. Nie gesehen. Und wenn er kommt, dann nur um zu platzen mit 5% Leben. Hallo! Oh, ich muss mich verstecken, bis dass ich abgeholt werden kann. Nein, das war natürlich nur Spaß. Nein, war's nicht. Doch, war's. Nein, war's nicht. Juhu! Funkelstelle einen umgebracht. Das glaub ich nicht. Ich liebe Camping. Wer kommt das denn so wieder? Das verrate ich nicht. Das wäre Werbung. Ach so. Aber das wäre Anlass für ein Hashtag Sahne, das weiß. Was? Also, ich schon mal nicht? Nein, das war diese Wurzelscheiße auf jeden Fall. Jupp. Ach, Kinder. Gut Job. Ja, großartig. Großartiger Job war das. War fast schon ein Blowjob. Ja, hier unten müssen wir noch Deffen jetzt. Oh ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ultimate! Ah! Ah, hier, hier, hier! Totem, hier Totem! 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 Sag mal ganz im Ernst, ne? Schießend machen die auch was oder laufen die nur im Kreis, Alter? Ich meine, ich laufe auch im Kreis, aber ich hitte meine Tasten durch die ganze Zeit. Ah, sag mal der Film-Talent. Beides cool, ne? So geht jeden. Komm, wir holen mal die Mobs hier oben. Das Camp, oder was? Ja. Ah ja, gut. Unser Tank lässt sich wieder rasieren, glaube ich, hier oben. Die ganze Zeit. Ja. Hey, ohne. Wie oft ist der gestorben? Neun Mal! Ey, Junge! Big Bro Playing Solo-Campaign, right? Yes! Hier! Hier ist übelst einer alleine, Junge! Mann! Und alle pennen rum hier, ey! Oh, Mann! Das wäre die Gelegenheit gewesen, einen abzuholen! Hier! Immer noch! Ah, scheiße! Zu spät! Zu spät! Die Mates pennen einfach die ganze Zeit, Mann! Die sind nur AFK! Außer Big Bro! Der ist immer alleine! Ja! Dann lass mal den wenigstens die ganze Zeit hinterher rennen! Erstmal in die Minen rein, hier! So! Waller abholen hier! Oder Illidan abholen! Ist auch okay! Ah, hier! Ultimate Heal! Komm schon! Mach mal draußen! Mach mal draußen! Mach mal draußen! Mach mal draußen! Geht Bro! Hm? Was heißt denn, wenn... Gehealed wird, oder was? Oh, ne! Oh, ne! Ey, das kann doch nicht sein, dass die keinen einzigen getötet kriegen! Ohne... Ohne Spaß! Deswegen hasse ich es, Healer zu spielen! Ja! Weil die es einfach nicht gewartet kriegen! Weißt doch, die Quest! EIN! Und dann passiert sowas! Boah! Hunger! Wo sind wir hier gelandet? Ey, wir haben immer null Schädel! Komm, das schafft ihr! Voll geil! Voll... Oh Gott! Ja, es hat auch was Gutes, ne? Es kann nur noch besser werden! Ich möchte mal sagen, dass Fuckelchen die zweitmeisten Heldenschaden hat! Als Healer! Wie findest du das? So, daran merkt man, dass es ein gutes Spiel ist! Dass man gute Mates hat! Ey, 100% Vogel, Alter! Boah! Junge! Ey, 100% Vogel! Ich sag dir eine Sache! Nächste Folge! Folge Nummer 2! Ne? Da spielt der Papa wieder in DD! So sieht's aus! So sieht's aus! Und nicht anders! Das hilft dir auch nicht, wenn die Kacktimas... Jaja, gut! Aber dann kann ich wenigstens einen abholen! Und muss nicht den Vögeln hinterherlaufen! Hallo! Ich hiel dich! Den, der nichts tut! Verstehst du, was ich meine? Ja! Hier! Direkt! Boah! Die wird weggefokust! Ja, okay! Da war auch mein Positioning vielleicht nicht ganz optimal! Gebe ich zu! Aber... Oh, eine Kirche im Dorf lassen, ne? Haha! Ah, komm! Halt zwei Verbündete! Warum nicht? Ist jetzt eh gelaufen! Den können wir nicht mehr platt machen, ne? Doch! Meinst du? Die Frage ist nur, ob wir auch die anderen... Was nicht platt machen? Einerlei! Mangel an Schädeln! Also ich könnte ja einen Tipp abgeben! Ich glaub nicht, dass wir den platt kriegen! Auf dem Weg nach Hause, Junge! Ja, wegen den Spastis! Ja, leider, wenn wir den Platt kriegen! Und das Perfekt verbaut! Alles wegen den Randoms! Aber auch eh ne Frage der Zeit! Gerade bei Schnellseufe! Ah! Ey, du bist immer Anfänger! Zum ersten Mal spielen! Ich klicke mal hier! Dann klicke ich mal hier! Niederlage! Erste Folge, Lean und Fall ist schon! Niederlage! So läuft's! Geflame im Chat! Geflame von mir! Ich konnte mich auch leider nicht zurückhalten! Sorry! Das war einfach zu hart! Das war zu hart! Toll! Jetzt bin ich Stufe 2! Jetzt müsste ich Lilly eigentlich nochmal spielen, ne? Perfekt! Dann mach ich halt wen anders, wenn der's lieber ist! Ja! Machen wir! Ja, wir sehen's in der nächsten Folge! Danke fürs Zuschauen! Und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Wisst ihr auf das trip läuft! Wiss ihr, wie's läuft? Wir sehen euch, wie das läuft!